Die Anspannung steigt wieder. Oh, hier ist ein Lüftungsschacht. Ich gehe einfach mal. Da oben hängt einer, den haben wir gar nicht durchsucht. Aber da gehe ich jetzt nicht hin. Da geht es nicht hin. Da geht es nicht hin. so schnell speichern so dann muss noch einer so und dann fahren wir mal irgendwo hin Ziel abgeschlossen nach 100 Jahren Ziel aktualisiert finden Sie den Ausgang zum syntheten Flüssigkeitswerk so wie schaut es denn hier aus so schaut es hier aus und der Fahrstuhl ist von Interesse oder was der Fahrstuhl ist von Interesse das verstehe ich nicht bringen Sie die medizinische Ausrüstung zu Taylor ich speichere mal hier oben hab zwar gerade erst unten aber man weiß ja nie gut dann komme ich damit ja noch ein höher oder er fährt wieder runter ach du scheiße ach du scheiße da sind Androiden das hab ich mal in einem Video gesehen kann ich da auch nach kann ich auch drüben lang gehen wo bin ich hier steht das hier ach so das ist es ja finden Sie einen Ausgang finden Sie den Ausgang zum syntheten Flüssigkeitswerk aber da bin ich doch jetzt schon wieso ist da denn noch ein Vollinteresse Ding wieso ist hier noch ein Vollinteresse Ding zum syntheten Lager ne da war ich gerade da geh ich jetzt nicht hin ich geh mal hier lang da oben ist einer kann ich nichts betätigen Alarm da unten ist ein Neuverkabelung da muss ich die bestimmt da weglocken was haben wir da Sikson Synthetix Control Center Examination Theater aber die sehen mich doch so mal sehen was uns das Ding hier sagt Kühlsystem Kamerafeed aktiv Türzugriff Raum wechseln geht hier gar nicht dann mach ich mal die Kamera aus Türzugriff an so dann schauen wir mal Kameras aus ich glaube die Tür habe ich gerade angemacht oder Gesundheit ist das dunkel hier ist das dunkel hier ist das dunkel na jetzt geht's Luft ist rein Revolver Munition so ich guck mal wir schlagen wir könnten hier mal ne Karte gebrauchen so was haben wir denn hier wo geht das denn hin ok ok ich versuch mal was das muss doch wohl ein Albtraum sein ach so es hat das Ding runtergeworfen ich Idiot ich versuch mal Blut gegen gespritzt. Ich habe hier noch nie Menschen getötet. Ich lade mal nach. Ich hoffe, Friedrich hat es nicht gehört. Wahrscheinlich hätte ich die auch so von hinten kalt machen können. Bindemittel. Was haben wir hier? Irgendwelche Dokumente. Gang. Schrott. Bindemittel, Revolvermunition. Tut mir leid, aber ihr seid auch immer gemein zu mir. Elektroschockerladung. Bindemittel, Revolvermunition. Ach, wahrscheinlich hätte ich die auch mit den Elektroschockern. Ne, das kann ich mal versuchen, wenn es nur einer ist. So, hier haben wir. Ich gehe mal... hier lang. Kann ich speichern. Revolvermunition. Terminal. Ach nee, einen Raum da oben habe ich noch gar nicht. Da war ja... Qualm... Äh, irgendwas mit der Luft oder so. Ich gehe mal hier an den... an das Terminal und dann speichern wir. Privat. Kann sich jemand von Sixten Synthetix meinen Androiden ansehen? Ich komme gerade von einer 24 Stunden Schicht mit Traumapatient und ich bin nur der Zahnarzt. Waits will alle Patienten aus der Krankenstation schaffen und mir erzählt keiner was. Wenn ich schon diese Schichten schieben soll, brauche ich ein bisschen Hilfe. Wir haben einen ausreichend programmierten Androiden hier, aber weil das gleiche Modell am anderen Ende der Station Ärger gemacht hat, sammelt der hier nur ständig, nur unnötig Staub. Was zum Teufel ist hier los? Schick sofort jemanden her, ehe ich eine offizielle Beschwerde einlege. Fernandes. Freigegeben Fehler, Vorgang nicht gestattet. Audio, ungültige Datei. Zubehör. Auf Datei kann nicht zugegriffen werden. Okay. Bindemittel ist voll. Was bauen wir uns denn jetzt wieder? Wie sieht denn das Bindemittel nochmal aus? Bindemittel sind diese komischen Dinger. Da brauchen wir einmal Bindemittel. Und wo für noch? Da haben wir schon Bindemittel drin. Da brauchen wir keins. Blendgranate. EMP-Mine ist Bindemittel drin. Molotow-Cocktail ist Bindemittel drin. Rohrbombe. Brauchen wir kein Bindemittel. Jo, mehr können wir nicht nehmen. Oh, hier liegt auch noch was. Ladungspack. Was ist denn wichtig? Was ist denn wichtig? Achso, Ladungspack haben wir da schon drin. Dann haben wir hier... Rohrbombe brauchen wir kein Ladungspack, wie es aussieht. Was kommt denn da noch an? Ach, hier ist auch schon voll. EMP-Mine ist Ladungspack voll. Blendgranate. Sensor. Sprengkapsel. Ladungspack. Ladungspack. Geräuschmachers Ladungspack drin. Mensch. Mensch. Was ist denn diese Plus-Minus-Geschichte? Nein. Nein. Voll. Können wir wohl nichts mehr bauen? Doch. Nein. Eitanol. Da kommt keins rein. Medikit auch nicht. Elektron. Ja gut, denn... Was? 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 Das gibt's doch nicht alle. Ladungspack. Dann speichern wir mal. Also ich glaub, dass ich die Menschen da getötet habe, war kein Fehler. Denn die hätten, ohne zu zögern, hätten die mich auch wieder kalt gemacht. Die Menschen hier, mit denen bin ich durch. Mit denen bin ich definitiv durch. Ach so, jetzt sind wir hier einmal im... Ach, ich bin ja eben durch den Lüftungsschacht. Genau. So, dann haben wir hier oben alles. Aufsichtsbühne. Ich geh da nochmal hin. So, jetzt ist die Tür hier hinten noch auf. Ah nee, da war ich schon drin, ne? Oder? Nee. Lüftungsschächte hier irgendwo. So, hier haben wir einen Wartebereich. Was ist das? Keine Ahnung. Hm. Ah, ein Fahrstuhl oder so. Plasmaschneider benötigt. So, dann haben wir hier noch Taschenlampenbatterien, Ethanol, Bindemittel. Bindemittel schon wieder voll. Hey, wieso geht das nicht auf? So, ist leer. So, dann haben wir hier. Geringe Energie. Geringe Energie. Hm. Oh, ich dachte, da wäre was zum Einsammeln. Ach ja, Plasmaschneider benötigt. Na gut, dann gehen wir einfach mal. Und gucken wir mal, wo uns das Ding hinbringt. Errungenschaft freigeschaltet. Ein Vorposten des Fortschritts. Gehen Sie zur CIMET Transitstation. Das kommt mir alle schon ein bisschen vertraut vor. Ja. Alles ein bisschen. Da hinten ist noch was. Gerät, Werkzeuge, Waffe. Ist mal wieder ein bisschen heller hier. Hebel benutzen. Gerät unzureichend. Gut, dann benutzen wir den Hebel. Unterlagen geht nicht. Was steht da? Tomorrow now, together, was? Future, mhm. Was? So hebe ich noch... Hier bin ich immer noch nicht reingekommen, ne? Hier sind wir jetzt wieder. Und da komme ich immer noch nicht rein. Das heißt, ich komme irgendwann wieder hierher zurück. Die läuft Kilometer hier. Die liebe Amanda. So, kein Signal. Da haben wir es. Oh Gott, oh Gott. Den? Nein. Da. Den. Und... Den. Den. Und... So. Da ist ne Karte. War ich hier noch nie? Nein. Gehen sie zu Sie mit... Achso, das ist ein anderes... Ne, hier war ich doch schon mal. Oh, das sieht alles gleich aus. Wahrscheinlich. Ja. Keine Ahnung. Zu St. Dann kriegst du bei der Krankenstation. Naja, das sieht alles gleich aus. Kann sein, dass ich hier doch noch nicht war. Jedenfalls der Bereich da oben, wo ich dahinter noch nicht hinkonnte, das gab's woanders auch schon mal. Oh, hier ist noch... Koffer, Schrott und hier ist auch noch was. Subkutane Impfpistole. Die Tür ist zu. Da ist ne Sackgasse. Hier ist auch nix. Lüftungsschacht. Oh. Sie hatten klare Anweisungen, nicht auf der Station zu landen. Ich sagte bereits, wir haben Ihre Nachricht nicht erhalten. Wir dachten, Sie würden... Hey. Weisen Sie sich aus. Ripley? Von der Torrance. Ruhig, Ricardo. Was zur Hölle ist hier los, Marshal? Wo sind die Sicherheitskräfte? Direkt vor Ihnen. Ich hab das Viech gesehen. Was ist es? Keine Ahnung. Marlow hat es ihr angeschleppt. Der Käpt'n der Anne Sidora. Das Schiff, das den Flugschreiber gefunden hat. Gibt es irgendwo auf dieser Station noch einen sicheren Ort? Diese Kreatur läuft frei rum und die Seaxen-Syntheten sind nicht gerade freundlich. Erfluchte Androiden. Ripley? Taylor braucht Hilfe. Krankenstation geht nicht. Da können wir nicht hin. Wir haben eine einfache Lebenserhaltungseinheit im Büro. Wir sollten uns beeilen. Wir brauchen den Transit zum Hauptquartier, aber der liegt lahm. Transitkontrolle ist oben. Samuels hat gesagt, Sie seien Ingenieur. Machen Sie sich mal nützlich. Nachdem Sie schon die Falle vermasselt haben. Ja, genau. Darüber sprechen wir später, Waits. Kümmern Sie sich um die, während ich weg bin. Verstanden? Riccardo, halten Sie die Funkverbindung, damit wir in Kontakt bleiben können. Jo, alles... Rosig. Wir sollten uns wirklich beeilen, Taylor. Keine Sorge, Samuels. Wir kriegen Sie hier schon raus. Taylor, alles wird gut. So, schließlich speichern hier. Unser Menschen- und Synthetenteam sagt Ihnen für Ihre anhaltende Nutzung des Sebastopol-Transit-Systems. So, dann war es das erstmal. Und wie es weitergeht, begeben Sie sich zur Transitzentrale. Ziel, reaktivieren Sie das Transitsystem. Das werden wir beim nächsten Mal herausfinden. Bis dann.